Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen am Freitag, dem 18. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1026 und heute, dem ersten Tag mit der Spritze, mit den Themen Philips U 4.0, Deezer, Monterey, Shazam, Miniplayer, Podcast-Abo, Facebook-Podcast und Kommentar. Und ich beginne gleich mit dem ersten Thema, das dann eben Philips U ist. Dieses wurde nämlich vorübergehend aus dem Play Store entfernt. Und zwar so stark, dass auch die zugehörige, ich sage dem jetzt mal, Landing-Page zu der App im Play Store nicht mehr erreichbar ist. Da muss was falsch gehen. Zumindest hat nicht Philips U, sondern Signify, also das Mutterhaus von Philips U, über, was war es? Ich glaube ich Twitter oder irgendjemandem eine Möglichkeit, eine Rückmeldung zu geben und offiziell bestätigt, dass es da ein Problem in der Android-App gibt. Liebes Signify da draußen, die gibt es auch in der iOS-App und ist sehr nervig. Meine Frau erklärt es mir jeden Tag und ich kann es leider nicht beheben mit diesen LED-Stripes. Sehr, sehr mühsam und nervend. Aber ja, Update kommt hoffentlich bald. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Deezer. Der französische Streaming-Dienst hat jetzt ein Pendant, gut, das ist relativ hochgegriffen, zu Apples, wie heisst das, 3D-Sound, Apples 3D-Audio, genau, in den Raum geschmissen. Zumindest für einen Teil ihrer Konzerte, die sie zukünftig ausspielen, werden sie auf Sonys Technologie setzen, nämlich die 360 Reality-Audio-Technologie. Damit soll ein Hörer und Hörerin sich inmitten eines Konzertes befinden. Das funktioniert aber nur dann, wenn es eben mit der entsprechenden Technologie aufgezeichnet wurde und somit werden wir da nur ausgewählte Konzerte sehen. Plus zusätzlich darf der oder die Nutzerin dafür extra bezahlen. Da braucht es nämlich das Deezer-Hi-Fi-Abo. Das ist nicht wie bei Apple, wo man das Ganze ja kostenlos einfach so obendrauf bekommt. Dann geht es weiter und zwar mit Monterey. Da ist auch wieder eine schöne Neuigkeit durchgeblitzt, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich darüber schon gesprochen habe, aber wer kennt das nicht. Ein iPhone neu aufsetzen geht relativ fix. Kurz mal alles löschen. Wenn das weg ist, dann ist schnell wieder alles drauf, weil man muss das System nicht anrühren. Das bleibt drauf. Und so soll es zukünftig ab Mac OS Monterey dann auch möglich sein. Wenn ihr Mac zurücksetzt mit eben besagtem Betriebssystem, dann wird ganz einfach nur die Datenpartition oder der Datenbereich gelöscht und nicht das ganze System. Das heisst, ihr müsst das dann auch nicht mehr aufspielen, sondern einfach nachher wieder nackt oder eben aus dem Backup zurückspielen. Gefällt mir, bin ich gespannt, wie gut das Ganze dann auch funktionieren wird. Dann gibt es Neuigkeiten von Shazam. Und jetzt mal ganz ehrlich, drück kurz auf Pause. Also erst nachdem ich die Frage gestellt habe, wie lange gibt es Shazam schon? Wisst ihr das? Pause drückt. Und Pausenmusik? Ne, Quatsch. 2002. Wer hat richtig geraten? Genau, damals musste man beim Telefon, Feature-Telefons waren es ja damals, über eine Kurzwahl anrufen und kurz zuhören lassen. Und im Anschluss gab es ein SMS zurück mit dem Titel des Songs und dem Namen des Künstlers oder der Künstlerin. Ab 2008 war das dann eine der ersten Apps, die beim App Store mit drin waren, ein Jahr nach dem ersten iPhone. Und dann ging es eigentlich relativ steil vorwärts. 2011 kam dann eben neben Musik auch TV-Programme, Werbung etc. mit dazu, wo das Ganze auch funktioniert hat. Im 2017 kam dann auch das Ganze bei Apple integriert, weil Apple hat ja Shazam aufgekauft, hat es in iOS, iPadOS etc. integriert, so dass man den Sprachassistenten aus dem Hause Apple einfach sagen kann, du, was ist das für ein Song? Hört sie kurz zu und dann kommt das Ganze. Nicht per SMS, sondern wie es halt heute ist, mit einer Push-Meldung direkt in die App. Zehn Jahre lang hat Shazam gebraucht, um eine Milliarde Shazams, also Suchdinger, zusammenzubekommen. Nachher war es innerhalb von zehn Monaten bei zwei Milliarden, dann nach drei Monaten auf zwölf Milliarden und mittlerweile ist man so weit, dass man pro Monat 50 Milliarden Lieder erkennt. Und ich habe mich vor kurzem auch immer wieder mal gefragt, wer nutzt denn das überhaupt so? Genau, meine Töchter zum Beispiel, die nutzen das sehr regelmässig, weil sie ja auf diversen Plattformen irgendwo Lieder hören, die sie nicht zuordnen können und dann das so nutzen. Weiter geht es mit Spotify und dem im April oder noch früher im Jahr vorgestellten Mini-Player von Spotify. Der war ja zu Beginn April 2021 nur für die Staaten draussen und ab heute, respektive gestern war es schon, kam der dann auf weiteren 175 Ländern auf der Welt. Somit Deutschland, Österreich und Schweiz waren ab sofort oder sind ab sofort auch mit dabei. Wer also Spotify-Kunde ist und gerne Facebook noch ein paar Daten mehr schenken möchte und mehr Zeit darin verbringen will, der kann das gleich da drin erledigen. Wer das nicht will, ja, macht es anders. Dann gibt es Neuigkeiten. Seit vorgestern online, habe ich verpasst, in die Daily mit aufzunehmen, ist die Apple Podcast Plattform für die bezahlten Geschichten, also Apple Podcast Abonnement. Das Ganze habe ich im podcatcher.ca-Blog ein bisschen bebloggt mit ein paar Screenshots von verschiedenen Podcasts, dies ab 2.50 Franken im Monat, bis und mit, das teuerste ist so um die 19.50 herum, wer hier pro Monat dem Künstler oder den Künstlern in die Tasche drücken könnte, wenn ihr dann möchtet. Weiter geht es auch mit Facebook und ja, Facebook kopiert gerne, Facebook macht gerne mit und überall mit rein. So auch seit Längerem bekannt, dass sie ein bisschen was in Richtung Audio machen möchten, haben ja ziemlich schnell auch Clubhouse irgendwie kopiert. und neu soll auch kommen Facebook Podcasts, anscheinend schon ab kommender Woche. Da bin ich noch gespannt, ob das Ganze zutreffen wird, das Gerücht. Aber wenn es dann kommt, ja, wir werden es sehen und ich bin gespannt, ob ihr das nutzen werdet. Lasst mich doch mal wissen, ob das für euch eine Option wäre. Gerne über die Kommentare oder Social Media oder per Mail und genau über die Kommentare ist einer gekommen zu der 1024 von Tobias, besten Dank. Der hat sich nämlich extrem gefreut, dass der HomePod Mini jetzt endlich auch für Österreich gibt und hat gleich einen in Schwarz und Weiss plus eine Apple TV bestellt. Muss jetzt aber bis zum 25. warten. Ich würde sagen, wir haben alle Mitleid mit ihm, denn wir wissen alle, wie das ist. Neue Gadgets und darauf warten, das geht gar nicht. Und bis zum 25. ist er auch noch so lange weg. Dann muss man noch mindestens dreimal, noch viel zu viel mal schlafen. Ne, das geht nicht. Also Tobias, viel Spass mit den neuen Gadgets, wenn sie dann ankommen und euch allen anderen. Einen schönen und wundervollen Tag. Und wenn ihr mögt, bald schon ein schönes Wochenende, logischerweise. Und ja, bis zur nächsten Folge. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geektop.